Die Drogeriekette Schlecker verkauft neuerdings verschiedene Produkte unter der Marke Vitalsana, der konzerneigenen Versandapotheke. Hinter den Präparaten stehen unterschiedliche Hersteller, die zum Teil auch aus der Apotheke bekannt sind. So finden sich in den Schleckerregalen mehrere Vitalsana-Produkte von Biogarten. Der Hersteller gehört zu Bateilbrunner. Die Firmengruppe ist in Apotheken mit freiverkäuflichen Arzneimitteln und Tees vertreten. Pharmaaktiva ist ein weiterer Hersteller hinter Vitalsana-Produkten. Das Unternehmen vertreibt in Apotheken unter anderem Meersalz-Nasensprays und Gurgellösungen. Auch Districon produziert für Vitalsana. Der Hersteller gehört zur Gruppe Winstar Medical, die mit verschiedenen Produktlinien wie Dr. Kleine ebenfalls in Apotheken zu finden ist. Untertitelung des ZDF, 2020